auch wenn du schneller machst so den ersten stein ist unten ich will kein krabbi und ich könnte eigentlich hier trainieren mit tauschen wir mal mit zapptos könnt ihr mal nicht nerven könnte man die schnürfen ja so war kaum noch sehen stein muss man dich ernsthaft mit eigentlich ein anfall bei dem pokum sonst kannst du den stein an labern also stärke gemacht und so hallo ich dann schieße ihn tun dumm ist entern ich weiß tauschen wir mal so darf dragon hier ein bisschen um klatschen knapp für dich hier vor allem du willst dich gerade um den und dann taucht pokémon auf das ist kein einziges schritt gemacht und ist das geile ja 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 oh schiegelwummer na ja schiegelwummer der bra 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 ein magneton Magneton Ma magneton nein nein danke als wir drunter geflogen tschüss die ganzen steine herumzuschieben doch wenn das taubere circle wird ist ja aber wegen den dann attacken und vorgekommen schwach gegen dann attacken ja und also fliegt pokamando aber alles keine ahnung wir haben auch mal explosion wollte weil es klar ist stein ist nichts mehr von mir da nervlich hier war richtig toll ich auf der falschen seite rausgekommen super direkt auf der anderen seite ich wollte best actos holen vor allem ich bin das dem weg das erste mal wieder gelaufen bin gleich richtig gelaufen gucken... ich find us geil т잔 dad bod tdad dad 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 ach hier sind sch... was? ganz oben oh Junge, muss ich jetzt erst alles wegtappen hier? ja ach so, ja er streamt jetzt auch gleich wieder oder läuft schon egal egal, ja stimmt, juckt mich nicht oh, tt ist ja auch mal wieder dabei ich mag titten Baby Tennis Gamer titte ich mag nicht, wenn man mich so nähnt man die wird zu geil Flucht titten Gamer ähm ja, die Felsen können vielleicht die Strömung umlenken ja, am Arsch können die das ja, können die das ich weiß entoron ne, da falle ich wieder nur runter ja okay du willst Stress, dann mach doch mal Stress gegen Zapdos tschüss oh nein so er nervt Mann er nervt, ihr könnt ihr nicht mal nervt oh Centusa pipip mitm Auge Kannst keiner weiter ein item tragen Ist geil ne Wer hätte gedacht, dass das auch noch bald kommt Ich Das ist nix neues bei den Pokémon hier, was erwarten wir den ganzen Zeit schon Ja, Pony da Groß Aufmerksamkeit interessiert mich aber nicht Aufmerksamkeit Was haben wir hier? Top Genesung, cool Was denn? Lecker Was denn? Lecker schmecker Was denn? Heute bin ich auch zuvor hier gerade gegen den Trainer hier zu campen Wenn ich muss, dann muss ich, aber wenn nicht, dann habe ich auch keinen Bock zu Wie, wenn du musst, dann musst du Wenn ich muss, dann muss ich Hehehehe Vor allem, wieso tauchen wir in ein Labor-Pokémon auch, hä? Warum Labor-Pokémon? Äh, verstehe ich nicht Und immer diese Scheiterbetätigung, ne? Kannst keine Items tragen Könnte ich nicht Schlitter Okay Ich kann Dragoneer sogar lernen Ja Halcyum Hier, gebe ich dir Dragoneer Und dann beim Morgen, yay Und man, schon wieder das falsche Ding, ey Ich hasse diese Wege hier, ne? Mit der Scheißströmung Du bist halt, aber du kannst keine weiteren Items tragen Ich wollte gerade sagen, du bist schlecht Ne, du kannst keine weiteren Items tragen Ne, du bist eine warneu-neu-ja Ne Die haben 22, was war das denn? Solarstrahl Kann keiner lernen Doch, Labras Nein Doch Nein Doch Äh, Fragezeichen öffnet, ja gut raus Viel Spaß beim rauskommen Wieso, Fluchtzeil? Achso, Fluchtzeil hältst du, oder was? Hab ich gefunden Unterwegs Nimm mich das Ding, natürlich, ne? So Wir haben gleich 50 Minuten, wollen wir mal beenden, gleich, oder was? Hm, ich versuche jetzt Arctos eigentlich zu fangen Oh Mann, ey Ich versuche wieder Speedaufnahme machen Ja, ich muss gleich Ist ja nicht gegen die Regel Was ist ja nicht gegen die Regel? Ach Mann, ey, schon wieder voll falsch Kann ich schon gegen Pyro kämpfen? Klar 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 Da kannst du gegen, wenn du in den Öffner hast, kannst du gegen Pyro kämpfen Okay Okay Wie waren die denn da? 50 40 bis 47 Also 50 40 bis 47 40 bis 47 Alter, kann ich jetzt mal eigentlich den Weg haben dafür? Und war mal dick, da habe ich glaube ich abgegeben in der Pension, ne? Ja, aber das ist so untertrainiert Ähm, mitnehmen Ne, da ist dick, da Level 18 Ähm, Geo 30 Alter, willst du mich rollen? Und die 30 Und 3 sind ab 30 Ja, die 3 müsste ich erstmal trainieren, bevor ich da durch die Arena renne Aber sonst klappt das nämlich nicht Ja Ich krieg gleich einen Anfall, ein Anfall, ein Anfall, ein Anfall Je nach so, so oder so Also Das ist schon wieder das falsche Ding Ja Wollen wir dann hier erstmal beenden, oder was? Ja, können wir machen Dann werden wir mal sagen, bis zum nächsten Postman Challenge oder bis zum nächsten Speedruns von uns Ciao, ciao Tschüss